Moin, hallo und herzlich willkommen. Matze hier und eigentlich ist es ein Scheißbomb. Denn ich muss Setup machen, obwohl, naja ne, die PMCs sind ja mal da drüben. Das sind wir auch schon. Ja, ich, drüben bin sie wieder weggelaufen. Ich muss ja auch über die Brücke, ich kann ja nicht unten lang, die sehen nicht und dann habe ich null Deckung. Was war denn das jetzt? Wie schlafe ich dann? Wie kann das erste Mal? Ja. Jetzt ist das da hinten. Ich krieg ja noch die Motten. Na Gott ist es aber auch. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ist nur PD-Munition, brauchste keine Sorgen machen. Fass mal rund, wo es nicht geht. Das war's für heute. Der Arsch mit Ohren, die hier alle fertig gemacht hat. Der Arsch mit Ohren, das war's für heute. Das können wir vielleicht noch mitnehmen. Das können wir noch mal sehen. Vier Stück fehlen noch. Ich könnte jetzt noch mal hinter gucken eigentlich. Aber vorhin, als ich von Wurms hier zurückgelaufen bin, also zum Ausgang, habe ich noch einige. Ich habe hier in den Garagen dahinten labern gehört, PMCs. Ich war natürlich mit 73 Kilo zu spermen, zu kämpfen. Es waren auch zwei Minuten bis zum Ende des Raids. Da hatte ich dann nicht mehr noch Gemüse, mich darauf einzulassen. Und ich kann ja auch ins Dom srennen nochmal und hoffe, dass die da sind. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was war's für heute? Wo hat denn da jetzt gestiegen? Das war's für heute. 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 We got a bandit. Guys, down. We got a bandit. Hat alles gegeben. We got a bandit. 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 So, man hat sich hier nochmal einen Nacken schön ausrasieren lassen. Ich dachte sich macht einen schlanken Hals. Und recht hat er gehabt. So, jetzt muss ich. Tja, wo gehen wir jetzt hin? Da oben ist nochmal. Da kam doch schon was angelatscht. So, zwei fehlen mir noch. Das war drüben. Im Big Red hat da noch einer rumgeschnauzt. Das war drüben. 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 Alter, willst du mich verscheißen? Kommst du aus der Arbeit nicht raus? Ich will bloß nochmal schnell gucken, ob einer was zu essen und zu trinken dabei hat. Wir müssen uns klar mich auch beeilen. Nein, trinken sollst du. So. Das sagt nichts mehr. Hier scheint was drin zu sein. Das sagt nichts mehr. Ich glaube, das bringt alles nichts. Da waren irgendwo noch welche. Aber guck mal, wir haben nur noch 5 Pellonen. Die werden wir auch brauchen. Das hat ein Sniper da oben. Das ist ein Sniper. 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 Bill